Die Investition in ein Explorationsunternehmen, die ist normalerweise mit einem hohen Risiko verbunden. Demgegenüber stehen natürlich auch große Chancen. Doch ein Unternehmen, das es schafft, dieses Risiko ein wenig zu diversifizieren durch verschiedene Projekte, ist Calamazo Resources. Das in Australien gelistete Unternehmen hat nicht nur ein hochspannendes Explorationsprogramm, sondern gleich mehrere. Und genau deswegen ist es ein spannender Investment Case. In Australien betreibt Calamazo Resources Projekte in Victoria, das ist eine Region im Südosten von Australien, aber auch in Western Australia. Es geht um Gold und es geht um Lithium, ein Rohstoff, nach dem die Nachfrage exponentiell steigt. Und gerade das macht Calamazo Resources jetzt so spannend. Neuestens wurden Bohrergebnisse aus dem Ashburton Gold Project veröffentlicht. Auch darauf schauen wir in diesem Video. Am Ende wisst ihr, ob Calamazo Resources für euch ein spannender Investment Case ist. Und ihr bekommt exklusive Einblicke vom CEO Luke Weinherr, der uns im Interview meine Fragen beantwortet. Luke, habe ich zunächst einmal gefragt, wie es möglich ist, bei so vielen verschiedenen Projekten, verteilt über ganz Australien, den Überblick zu behalten und ob der Fokus klar gesetzt ist. Der Nr. 1 focus für uns ist es zu versuchen, zu schaffen, den wir zu schaffen, zu schaffen, den wir zu schaffen, in den USA und in den USA und in den USA. An der Endeffektion, die Leute investieren, in unseren Unternehmen und wir wollen für sie zu machen. So, das ist unser overall strategy. Aber aus dem, wir sind auch in den USA und in den USA und in den USA, in den USA und in den USA. Primär betreiflich auf Gold, aber wir haben ein bisschen auf den Lithium-Gerven-Gerven-Gerven. Wir haben ein bisschen auf die Lithium-Gerven-Gerven-Gerven-Gerven-Gerven-Gerven-Gerven-Gerven-Gerven-Gerven. Aber was wir versuchen, ist, unser Goldportfolio als Exploration- und Developmentprojekte zu bauen. Genau über dieses Ashburton Gold Project spreche ich mit Luke Weiner und er gibt uns eine exklusive Einschätzung, ob Sie mit den Resultaten dieser Studien zufrieden sind. Es ist eine sehr große Goldprojekte. Es ist über 1.65 Millionen Ousse von Gold. Und so, wir sind jetzt zu öffnen, zu 2 Millionen Ousse und dann starte zu entwickeln. So, wir haben jetzt unsere Phase 2 Drilling Programme, über 15,000m. Wir haben über zwei-thirds von den Drill Hohen, und wir sind sehr glücklich mit was wir sehen. Wir sind mit medium- zu high-grade Hits auf es, und es ist wirklich sehr spannend für uns. So, wir sind sehr glücklich mit dem Ashburton Project, und es ist wirklich ein reales Company-maker für uns. Der Ashburton Project ist in W.A., in Pilbara, auf der westen Seite von Australien, und das ist, natürlich, ein key Fokus für uns. Hier in Victoria, wo ich live, wir haben ein number von Projekten. Wir haben die Kastelnäen Gold Project und auch die South Muckelford Gold Project. Wir haben diese Projekte auch über die letzten sechs Monate. Resultate kommen, und wir sind sehr glücklich über diese auch. So, wie Sie sehen können, mit Covid haben wir Projekte auf beiden Seiten des Landes, und es ist ein sehr großes Land in Australien. So, wie wir es managed, ist, wir haben zwei sehr distincte Exploration-Teams, und das funktioniert sehr gut für uns. Sehr spannend ist auch das Sisters Gold Project, zu dem uns Luke ebenfalls einige Einblicke geben konnte. So, the Sisters Project, look, it's a couple of hundred kilometres north of the Ashburton Project, but it's in an area very close to a major discovery by a company called DeGray Mining, who have the Hemi Discovery, and it's a long strike from that discovery. We're very keen on that project. There have been some native title and heritage issues that everyone in that area have been working through, as we have. We expect that to be resolved in the next couple of weeks or months, and we'll certainly be drilling there as soon as we can. It's a very exciting project, because DeGray's Hemi Discovery, that's nine million ounces now, and it's got the attention of a lot of people. So, we're hoping for a bit of luck there. Schon Anfang 2022 soll die Exploration im Ashburton Gold Project in Phase 3 starten. Das heißt, die restlichen Bohrlöcher werden untersucht, und das könnte nochmal spannende Einblicke geben, welche Goldvorkommen wirklich zu vermuten sind. Insgesamt ist das Ashburton Gold Project ein Company-Making-Asset. Das heißt, dieses Projekt ist das Flaggschiff-Projekt von Kalamazoo. Aber nicht nur in Western Australia, sondern auch im Staat Victoria, im Südosten Australiens, hat Kalamazoo einige hochspannende Projekte. Und das liegt vor allem daran, dass diese Projekte in direkter Nachbarschaft zur weltbekannten Fosterville Mine liegen. Die gilt als die reichste Goldmine der Erde. Es liegt unter anderem an dem hochgradigen Vorkommen, und in dieser Zone, da findet nun ein Landtender, also eine Versteigerung von Land seitens der Regierung statt. Kalamazoo Resources nimmt ebenfalls an diesem Landtender teil, hat aber auch schon einige Projekte in dieser Region, in die uns Luke ebenfalls einen Einblick gegeben hat. Konkret schauen wir auf das sogenannte Fentiments Project. Auch hier geht's um Gold, und dort wurden die Bohrungen gerade abgeschlossen. Ich hab Luke gefragt, vor allem, ob er zufrieden mit den Bohr-Ergebnissen dort ist. So the Fentiments Project, it's part of what we call our South Muckleford Project, and this is in Victoria. And why that's particularly interesting is that it's about 45km away from Kirkland Lake's Fosterville Goldmine, which is considered to be the world's richest and probably most profitable goldmine. And it's got a very similar type of mineralisation. It's what they call an epizonal high-grade gold antimony system. And we've finished drilling there. We're still waiting on some assay results there. And look, this is a common issue that's confronting all Australian companies at the moment, is trying to get assay results because the labs are so busy. But we've been getting results and we very much like what we're seeing. We're seeing these reef structures that are very much high-grade gold antimony. We need to do some more work on there, but we think it's very promising and it's a key focus for us. Als ursprünglich ausschließliches Gold-Explorations-Unternehmen ist es eine spannende Bewegung in der Strategie, dass Calamaso sich nun auch mit einem Projekt auf Lithium stürzt. Lithium ist besonders in der Herstellung von Batterien entscheidend und damit auch ein Treiber hin zur E-Mobilität, nach der wir streben. Deswegen ist das Projekt hochspannend und ich habe mich natürlich gefragt, warum Calamaso Resources sich entschieden hat, Lithium ebenfalls in seine Projekte mit aufzunehmen und wie es aktuell im Lithium-Projekt in der Pilbara Region läuft. Ich denke, Lithium chose uns, Nico. So the history of this is up in the Pilbara, we've got a couple of projects and the main one is called Dom's Hill in the Pilbara. It's a Gold project for us. We've actually had this project for a long time and we've been exploring for Gold on it. But it's located in an area that's considered to be the world's richest hard rock Lithium province. And because just up the road, about 45km away, you've got the Pilbara Minerals Pilgungora Lithium mine and then you've got the Wajina mine a bit further on from that. So it's actually in a very prospective Lithium province. We weren't looking for Lithium at Dom's Hill, but we had someone do a review on it and they identified its real potential for us. And how they did that was that it sits in what they call the Goldilocks zone, which is kind of like a 5 or 10km zone, which is between the contact of what they call the granite and the greenstone. And we went back and had a look at a lot of historical assays and we then re-assayed them with portable XRF guns or a whole different range of technologies. And it's shown to be incredibly prospective. So we've now, we think this is a terrific opportunity for us. It's in an area that we weren't even aware of. So I'd love to say we were really smart about this, but I think kind of we were pretty lucky, actually. So we're going to do some work. We've started a, what they call a project-wide soil sampling program. That's underway now. That'll go for another couple of months. And we'll get all those results assayed. And then we'll start drilling early next year. We think this is something that's got enormous potential and it'd be remiss of us not to follow up. Schauen wir auf diesen Chart, dann sehen wir vor allem eines. Kalamazoo Resources spielt noch nicht so wirklich bei den großen Playern mit. Zumindest wenn man auf die Bewertung schaut. Woran das liegt und ob Kalamazoo wirklich unterbewertet ist, das habe ich Luke ebenfalls gefragt. What I will say, of course, is most of the gold stocks have been off the last, you know, five or six months. Gold prices down, the gold stocks have also been taken a bit of discount. We think we're at the same stage. My view is that I think this will change over the next couple of months. Primarily because we're now releasing these drill results from the Ashburton, which is confirming our view as to its potential to go, you know, north of 2 million ounces and for us to start developing it. But also the work we're doing here in Victoria. In that regard, what's actually only been announced today, Nico, which again, very topical for your listeners and also for the market, is the Victorian government today announced that within the next four weeks or within the next month, that they will announce the successful tenderers of the land release tender for a very large number of tenement holdings around the Fosterville gold mine, you know, which is considered to be the world's richest mine. There's been an enormous amount of interest in regard to those leases. We applied for two of them. We put in what we think is, you know, a pretty competitive bid. So, you know, we've, you know, quite, I won't say we're quietly confident, but we're certainly hopeful. And with a bit of luck, you know, if we were to be successful in winning, you know, one or more of those tenements, again, we think it would be a significant re-rate. But the other thing, I guess, in regard to our valuation is that looking at gold stocks, the best way to value them is to look at, you know, there are ounces in the ground. And with our Ashburton project, we have, you know, 1.65 million ounces. And if you look at that as an EV per ounce type valuation, which is enterprise value per ounce, we are sitting at maybe 26, 27 dollars an ounce, whereas the average EV valuation of similar mines to us or similar projects to us in WA is about 75 dollars. So we think there's great value in our stock at the moment. So, look, we've still got a lot of work to do, and we know that, but we're looking to improve that valuation at all times. Zahlreiche Projekte, viele Milestones, die erreicht werden wollen, und eine Timeline, die es in sich hat. Das alles bedeutet natürlich, dass ausreichend Kapital für die Aktivitäten zur Verfügung stehen muss. Und ob Color Maso Resources hier wirklich gut aufgestellt ist, das verrät uns Luke im Interview. We're fine for the moment. We've got about five and a half million dollars of cash and receivables in Treasury. So, and we've got, you know, very supportive shareholders, a couple of very large shareholders. We've been very supportive of our business from day one. So, we're well funded at the moment. Our programs, the next, you know, certainly for the medium term are all funded. And we'll see how we go. But look, like most mining companies, if we get, or exploration companies, if we get success, and we get a market rate, well, we might go and raise some more money, but there's no requirement for us to do that at the moment. Okay, wir haben ja also ein Gold-Explorationsunternehmen, das nicht nur auf ein Projekt setzt, sondern in gleich mehreren Projekten in zwei unterschiedlichen Regionen Australiens vertreten ist. Wir haben sehr gute Bauergebnisse in der Ashburton-Zone gesehen. Es ist der Landtender in Victoria, also die Versteigerung von hochinteressantem Land in direkter Nachbarschaft zu Forstable Mines zu erwarten. Und gleichzeitig kommt mit Lithium noch ein Projekt, was auch den globalen Wandel hin zu E-Mobilität auf jeden Fall unterstützen wird. Das alles macht für mich Kalamazoo Resources zu einem hochinteressanten Unternehmen. Und auch Luke gibt uns nochmal eine Einschätzung. Well, as you said, we have a major project that we're looking to certainly to expand, being the Ashburton project, and eventually to take it to development. In Victoria, we're looking for world-class projects. We've got the Castlemaine and both South Markleford or Fentemans project. You know, we're looking for a million-ounce projects on those. So that kind of gives you the upside, I guess the real interest level. On top of that, of course, you've got the Fosterville Landtender. And if we were to win, you know, one of those tenement holdings, well, you know, there'd be a re-rate because that's a very significant opportunity. And then, of course, you've got the Lithium, which is, as you mentioned before, has got a lot of people's attention. You know, it is the mineral of the future. We know we're in a world-class region there. We've identified its potential. And that's, again, a little bit of a long shot. But gee, if we're successful, I think it'll be a significant, you know, revaluation of our company. Wie ist eure Sicht der Dinge? Meint ihr, dass Kalamazoo Resources seinen Plan in dieser Geschwindigkeit fortsetzen kann, dass alle Projekte weiter so viel Potenzial zeigen? Wie seht ihr den Landtender in Victoria? Rechnet ihr Chancen für Kalamazoo aus? Das alles hat natürlich große Einflüsse auf den Aktienkurs, an dem ihr teilhaben könnt. Deswegen informiert euch gut über das Unternehmen. Wir helfen euch dabei, die richtige Entscheidung zu treffen mit unseren Videos hier auf Axino Capital. Deswegen abonniert gerne unseren YouTube-Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video mit vielen spannenden News zum Junior-Mining-Sektor.